Ja, Gott sei Dank, backern wir gesund hier, das ist auch. Ich habe nur gesagt zu Ihnen, zu unserem Fettmacher, unserem Sebastian, mach die Maschine wieder fett und dann läuft er auch mit dem Öl zwischen den Knochen und dann läuft er auch. Es war ordentlich, weil heute noch Ramadan ist vorbei und dann läuft er auch. Unser Mann gibt es wieder Vollgas und dann bin ich der Mann im Moment, dann kämpft, macht und tut alles und dann dieses geile Tor, da ziehe ich heute noch von. Ist doch ja auch physikalisch gar nicht möglich, mit dem rechten Fuß oben links im Winkel, das kann nur Bagger, alles in Ordnung, tschüssi, hau reines Tango, tschüss. Das ist doch geil, das ist schön, alles klar. Alle wieder am Ball, aber da kann ich nicht hingucken. Nur die Torleute, da schwenke ich nochmal um. Sieht ja alle fleischig, da denken wir, müssen wir gewinnen, dann merkt ihr ruhig und dann sieht das gut aus. Alles gut, wir sind wieder in der Spur. Derbysieger, tschüssi, hau reines Tango, tschüss.